Das Leben hat eine besondere Art, unwahrscheinliche Seelen zusammenzubringen und Geschichten von Liebe und Widerstandskraft an den unerwartetsten Orten zu weben. Heute tauchen wir in eine solche Geschichte ein, ein Abenteuer, das mit einer Rettung begann und zu einer einzigartigen Bindung wurde. Alles begann, als Luke, ein junger Mann mit einem Herzen so groß wie die Stadt Philadelphia, das Philadelphia Animal Welfare Society besuchte. Dort traf er Butter und Muffin, zwei zerbrechliche Geschwisterkätzchen, die gerade einmal drei Monate alt waren. Die beiden waren viel zu früh von ihrer Mutter getrennt worden und schienen in einer Welt verloren, die ihnen bisher nur Kälte gezeigt hatte. Doch in Luke fanden sie ihre zweite Chance. Von dem Moment an, als die Kätzchen in Lukes gemütlicher Wohnung ankamen, war klar, dass sie keine gewöhnlichen Katzen waren. Butter, der ältere der beiden, entpuppte sich als das emotionale Zentrum des Duos. Mit seinem weichen, orangefarbenen Fell und den Augen voller Sehnsucht klammerte sich Butter an Luke auf eine Weise, die zugleich rührend und herzzerreißend war. Er schlang seine winzigen Pfoten um Lukes Hals und gab ihm unendlich viele Umarmungen, eine Geste, die lauter sprach als jedes Miauen. Zunächst dachte Luke, es sei nur eine Phase. Doch Butters liebevolle Umarmungen blieben bestehen und wurden zu einem täglichen Ritual. Egal, ob Luke las, arbeitete oder sogar schlief, Butter war immer da, kuschelte sich an ihn und schnurrte beruhigend. An manchen Abenden, wenn Butter die Instinkte seiner frühen Kindheit überkamen, suchte er Trost, indem er Lukes Wange nuckelte, als wollte er die Geborgenheit einer Mutter spüren, die er kaum gekannt hatte. Muffin war genauso liebevoll, aber zurückhaltender. Sie beobachtete ihren Bruder oft still von einem sonnigen Platz am Fenster aus und strahlte dabei eine innere Zufriedenheit aus. Gemeinsam schuf dieses Trio ein Zuhause voller Vertrauen und Wärme und heilte sich gegenseitig auf eine Weise, die Worte nicht beschreiben können. Luke war oft erstaunt, wie diese zwei kleinen Seelen sein Leben verändert hatten. In ihrem spielerischen Toben und den stillen Kuschelmomenten fand er ein Glück, das er vorher nicht kannte. Es waren die kleinen Augenblicke, eine Pfote, die sich auf seinen Arm legte, ein leises Miauen, das durch den Flur hallte, die alles bedeuteten. Die Geschichte von Butter und Muffin ist nicht nur eine Rettungsgeschichte, sondern ein Zeugnis für die Kraft von Liebe, Geduld und zweiten Chancen. Sie erinnert uns daran, dass Tiere, egal wie klein, eine erstaunliche Fähigkeit haben, Liebe zu geben und zu empfangen. Hat dich diese Geschichte berührt? Lass sie eine Inspiration sein, aktiv zu werden. Denk an all die Butter und Muffins, die in Tierheimen auf jemanden wie Luke warten, um ihnen ein Zuhause zu geben. Du hast die Macht, einen Unterschied zu machen. Vergiss nicht, den Kanal zu abonnieren, wenn du mehr solcher herzerwärmenden Geschichten hören möchtest. Like diesen Beitrag, wenn er dir ein Lächeln ins Gesicht gezaubert hat. Und teile deine Gedanken in den Kommentaren. Wir würden uns freuen, von den besonderen Tieren zu hören, die dein Leben berührt haben. Gemeinsam können wir die Welt zu einem freundlicheren Ort machen. Ein gerettetes Tier nach dem anderen.